Häusliche Gewalt Schockfotos von Cora lassen Schumacher Zoff völlig eskalieren Düsseldorf, jetzt wird es richtig schmutzig Cora Schumacher teilt im Netz schockierende Aufnahmen, die auf häusliche Gewalt hindeuten Damit macht die 47-Jährige im Streit mit ihrem Ex-Mann Ralf, 49, jetzt ein längst geschlossen geglaubtes Fass wieder auf Die Fronten zwischen der Blondine und dem früheren Formel-1-Piloten verhärten sich von Tag zu Tag mehr Während Ralf in Interviews betont, sich Ruhe und Frieden zu wünschen, wäscht die Mutter seines Sohnes lieber weiter dreckige Wäsche Zuletzt machte die Ex-Dschungelkamp-Kandidatin Fremdgehvorwürfe gegen ihren Ex-Publik Nun legte Cora mit brisanten Bildern nach In ihrer Instagram-Story zeigte sie Fotos von blauen Flecken, Prellungen und ärztlichen Befunden aus den Jahren 2012 und 2014 Die Aufnahmen zeigen deutliche Hämatome an den Armen und Beinen Eine Erklärung dazu lieferte die 47-jährige Reality-Bekanntheit ihren rund 463.000 Followern nicht Doch unter ihren Beiträgen wurde sofort über häusliche Gewalt spekuliert Gräbt man in der Vergangenheit der beiden Ex-Eheleute, findet sich tatsächlich eine Vorgeschichte zu dem Thema Im November 2014 kam es nämlich zu einem Polizeieinsatz im Schumacherhaus in Bergheim bei Köln Cora und Ralf Schumacher zeigten sich gegenseitig wegen häuslicher Gewalt an Hauptkommissar Anton Hammacher bestätigte dies damals gegenüber der Bild am Sonntag Er erklärte, die Beamten sind sofort zu der angegebenen Adresse gefahren Das Ehepaar vor Ort machte Angaben über Streitigkeiten, beide bezichtigten sich gegenseitig der Körperverletzung Und weiter, von beiden wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den jeweils anderen erstattet Es handelt sich um ein polizeiliches Ermittlungsverfahren im Rahmen der häuslichen Gewalt Wenige Monate später nahm Cora dann als Promi-Kandidatin an der RTL-Tanzshow Let's Dance teil Werbete Angaben über Streitigkeiten von den ganzen Schuhen Willi von der RTL-Tanzschule Let's Dance Werbete angenehm 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 Untertitelung des ZDF, 2020